Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Dann achtet euch halt selber. Hallo, Minder. Hallo, Micha. Und zwar geht es darum, parallel reinverschaltet. Ja, moin. Aber, Micha, vielleicht kannst du dich erinnern an Evie-Blog, an das Video, wo er ein Kabel über die Module hatte und so extrem die Leistung eingebrochen ist. Jetzt dachte ich mir, Mensch, das können wir doch jetzt mal nachstellen. Ich tue jetzt einfach mal einen Streifen Klebeband nehmen. Wir simulieren jetzt mal ein Kabel. Was weiß ich, halt über alle Beete-Module. Na gut. Waren wir so. Ist natürlich jetzt ein ziemlich breites Kabel. Also über Beete-Module drüber. Also ich hält es nicht. Ich klebe es jetzt mal. Moment. So, ich habe noch mal eine Kabelattrappe geschnitzt. Und die machen wir jetzt einfach mal hier so schräg über über die Module drüber. Ich hätte es vielleicht in Gelb machen sollen, damit man es besser sieht. Aber man sieht es so. Gut. Gehen wir wieder in die Ausgangssituation. Ich mache es jetzt gleich mal mit euch zusammen. Ohne großartig zu schnippeln, dass ihr das eben auch mal in Echtzeit seht. Also wir haben jetzt die Parallelverschaltung mit 50 Ohm. halbfälscher. Dings, es ist wunderbar abgekühlt. Und ich schreibe mir das jetzt mal auf. Parakabel nenne ich das mal. Na. Gut. Schalten wir ein. Schauen wir mal, ihr seht die Werte. 4,12 Volt und 83,9 Milliampere. Ich mache gleich aus, dass sie sich nicht sinnlos aufheizen. Das sind dann in dem Fall 4,12 mal 0,0389 die Milliampere. Da sind wir bei 0,34 5 Watt. Wie gesagt, Diodenverluste, wenn man jetzt eine aktive Diode hätte, wäre der Diodenverlust weg und es würde noch ein bisschen mehr rauskommen. Also das verfälscht noch ein bisschen unser Ergebnis. Aber ich denke mal, das ist trotzdem signifikant. Einen kleinen Schnitt mache ich jetzt. Ich klemme das jetzt alles auf Reihe wieder um und wir machen den selben Test nochmal. Bis gleich. So, umgeklemmt auf Reihe machen wir noch den Blendschutz hin. Und das schreibe ich mir jetzt nochmal kurz auf. So, jetzt kommt der Moment hier. Wir haben 6,3 Volt mit 31,4 Milliampere. Oh, das fällt aber rasant. Bei der Parallelverschaltung ist es nicht so schnell gefallen. Ist auch noch ein lustiger lustiger Nebeneffekt. Gucken wir mal. 6,3 mal 0,0314. Das sind dann in dem Fall jetzt 0,917 Watt gegen 0,34 hat man vorhin ausgerechnet. So, wenn wir jetzt mal großzügig sind, runden wir mal bei Beeten auf. Hätten wir 3,5 oben und unten 0,3 5 Watt und unten 0,2 Watt bei der Reihenschaltung. Also signifikanter Unterschied. Wir machen es jetzt so. Ich rechne euch jetzt nochmal die Prozente aus und wir gehen von diesen 0,56 Watt Maximum aus. Gut, ich kann euch ja auch mal. Komm, wir rechnen es gleich mal zusammen. Die 2 Minuten brauche ich nicht noch einen Schnitt machen. Also dazu tun wir erstmal unseren Prozentwert festlegen. Wir rechnen mal schnell die Prozente. Wir haben 0,56 Watt maximal durch 100. Das sind dann 0,0056. Das ist unser Rechenwert. Was halt möglich wäre. Und jetzt nehmen wir einfach die 0,35 von der Parallelverschaltung durch 0,00 was hat man? 5,6. Das sind 62,5% was die Parallelschaltung in dem Setup aus den 2 Modulen rausholt. Prozentual. Und hier unten haben wir 0,2. Wie gesagt, das ist schon aufgerundet durch 0,056 sind wir bei 35,7%. Also es sind nicht ganz 100% Unterschied. Ja, warte, wir können es ja mal schnell noch zu 62,5% minus 35,7 sind 26% effektiver oder was sagen wir jetzt rund mal auf 27% effektiver Para mit 0,2 Volt Dioden. Wenn man jetzt also der Unterschied zur Gesamtleistung ist ja 26% aber lasst euch da nicht durch beziehungsweise 27% wenn wir jetzt im Stromrechen haben wir 0,2 Watt und hier haben wir fast 0,4 also es sind fast 100% mehr Leistung aus der Parallelverschaltung in dem Fall ich kann es euch ja jetzt nochmal zeigen nicht dass es hessisch irgendein Quatsch gemacht das ist hier der Streifen genauso wie vorhin dieses dieses Kabel was jetzt eben Oberleitungskabel oder irgendein Quatsch also da ist das auf jeden Fall verheerend und das wird natürlich wenn ihr jetzt umso mehr ihr Modul in Reihe habt und dann so eine Beschattung dann wird das natürlich noch schlimmer gut ja Micha kannst du wieder mal sehen Digga also das ist ein Ingenieur schafft es nicht den Sinn und Verstand aufzubringen den Fehler zu erkennen aber so ein dummer Kfzler wie ich der kriegt Sinn Alter kannst du sagen ich hab fertig Dinger